Hallo Seekräuter, hallo Wohnzimmerkapitäne, willkommen zum Ausblick hier auf dem Seekrautskanal und diesmal haben wir drei Themen für euch. Einmal die finalen Talente oder was heißt finalen, aber auf jeden Fall die, die jetzt erstmal announced werden, ist trotzdem work in progress für den italienischen Kapitän und dann gibt es noch zwei Schiffchen. Fangen wir erstmal mit dem Kapitän an, der wird drei besondere Fähigkeiten haben und zwar bekommt er als erstes, wenn ihr High-Kaliber, also Großkaliber mit dem Kapitän erreicht, dann bekommt ihr die Nachleizeit um fünf Prozent für die Hauptgeschütze verkürzt, heißt also die lange Nachleizeit der italienischen Kreuzer zum Beispiel würden sich dann entsprechend verkürzen. Bei dem zweiten Punkt, wenn ihr ein gegnerisches Schiff zerstört, dann wird eure Kampfreichweite um acht Prozent erhöht. Ist sehr, sehr interessant, weil teilweise die Amalfi oder so doch eine relativ kurze Reichweite hat, die muss man dann eben mit Spottingplane vergrößern, also mit dem Aufklärungsflugzeug. Hier würde der Kapitän dann auch noch mal ordentlich behilflich sein. Und wenn ihr 100 Bänder für Treffer mit den Hauptgeschützen erhalten habt, dann wird das Verbrauchsmaterial, also die Dauer der Verbrauchsmaterial, also der Abluftnebelerzeuger, zum Beispiel halt zehn Prozent länger laufen. Und die letzten beiden genannten, also die Reichweitenerhöhung sowie die Verlängerung der Verbrauchsmaterial um zehn Prozent, kann nur ein einziges Mal pro Kampf, also pro Gefecht droppen. Nicht, dass er, wenn er fünf Schiffe zerstört, dann immer acht, 16 und so weiter Prozent sozusagen in Summe dazu erhaltet. Das ist nur ein einziges Mal möglich. Und dann kommen wir zu einem neuen Schiff, welches sich jetzt hier in World of Warships langsam aber sicher in diesen Work-in-Progress-Status, in diesen, was man vielleicht irgendwann mal ausruhieren darf und so weiter, hinein bewegt. Und zwar, ja, der ursprüngliche Entwurf oder einer der Entwürfe der Scharnhorst-Variante, Blueprint und so weiter. Die Oden quasi, einfach ausgedrückt, die Scharnhorst auf T8. Ja, kleinkabelige Hauptbatteriewaffen. Es soll relativ schnell nachgeladen werden. Das Schiff hat Torpedos. Das Schiff, ja, soll ein toller Kämpfer auf kurze und mittlere Distanz sein. So sagt Wargaming dazu. Trefferpunkte 62.700 und wir haben 32 Millimeter Panzerung. Das finde ich Summe super faszinierend. 35 Millimeter sorgt dafür, dass nur die Yamato oder eben 460 Millimeter Kaliber euch overmatchen können. Eine Kreml und andere Schiffe, das finde ich schon mal richtig genial. Man hat also eine richtig, ähm, einen richtigen Brawler hier. Da haben sie dran gedacht, sozusagen. Wir haben drei Türme, A3 Rohre, Kaliber 305 Millimeter. Brand, ähm, Wahrscheinlichkeit 27% mit der HE-Granate, 3600 Alpha Damage, Kampfreichweite 19,1 Kilometer, also weitestgehend typisch deutsch, würde ich sagen. Die schießen ja alle nicht so weit. Also, äh, das ist okay. Wir haben 865 Meter die Sekunde, maximaler AP-Schaden 9400 aufgrund des Kalibers. Also, das Kaliber ist ja dann quasi genauso wie bei der Alaska jetzt als Beispiel, ne? Äh, finde ich sehr, sehr interessant. 180 Grad Kehre über die Türme sind nur 30 Sekunden, finde ich mega. Äh, maximale Streuung 253 Meter mit einem Sigma von 2.0, also ein relativ hohes Sigma. Ähm, die hohe horizontale Streuung mit 253 Meter, finde ich allerdings für 19,1 Kilometer doch relativ groß. Wenn wir mal schauen, äh, wie der Teil in Zukunft aussieht. Und eine Sache habe ich jetzt noch vergessen, die Nachladezeit der Hauptgeschütze beträgt 20 Sekunden, ist ein T8 Schiff, da fehlt der sechste, äh, sechste Modul, also das kann der nicht da verkürzen, wenn dann halt nur über einen Adrenalinrausch. Dann geht's weiter, Torpedowerfer, wir haben an jeder Seite einen Torpedowerfer mit vier Torpedos, die machen dann 13.700 Alpha Damage, Reichweite 6 Kilometer, 64 Knoten sind die Torpedos schnell, äh, ja, und sind auf 1,3 Kilometer erkennbar, sind eh nur Nahkampfverteidigungen oder für diejenigen, die sowas mal vergessen, soll ja immer mal vorkommen, dass so ein Torpedo auch vergessen wird. Und dann kommt Sekundärbewaffnung, 7,5 Kilometer Basisreichweite, heißt effektiv, wir können sehr weit hochskillen, ja, ähm, das sollten dann 11, Kilometer sein. Ähm, wir haben 2x3 Rohre, 150 Millimeter, also ein Geschütz vorne, äh, das seht ihr hier, und ein Geschütz hinten, und, ähm, dann haben wir 6 Türme A2 Rohre, 128 Millimeter, also die sind dann hier rings an der Seite verteilt. Ist auf jeden Fall mal cool, unterstreicht die Fähigkeit des Brawlers und, äh, dann auch die mittlere und kurze Distanz, auf die man das, äh, Schiff Hauptsäbel nutzen soll, ne. Luftabwehr, äh, haben wir eine Kurzstrecke mit 109 kontinuierlichen Schaden und 70% Trefferwahrscheinlichkeit bis 2 Kilometer. Bis 4 Kilometer haben wir die Mittel, äh, Strecke, das sind dann 336 kontinuierliche Schaden und auf der Langstrecke haben wir 74, aber dazu kommen dann die Explosionen, ähm, mit, äh, 5 Stück sind es in Summe 1470 Alpha Damage, äh, in dem Bereich 3,5 bis 6 Kilometer. Also, ab 6 Kilometer geht hier auch der kontinuierliche Schaden dann los und steigert sich dann, umso näher der Flieger dann bei euch rankommt. Dann haben wir eine maximale Geschwindigkeit von 30 Knoten, Wendekreis 790 Meter, das finde ich interessant, 790 Meter ist doch recht eng. Und auch die Ruderstellzeit mit 14,1 Sekunden, finde ich ziemlich flexibel, finde ich ziemlich, ja, sehr interessant, muss ich sagen. Äh, Oberflächenerkennbarkeit 15,3 Kilometer, Lufterkennbarkeit 9,9 und wenn ihr im Nebel steht und schießt, geht ihr 11,5, ne, 11,9 Kilometer sogar auf. Sehr, äh, äh, sehr zu, äh, zu, zu Kräften des Schiffes tragen dann auch noch die Verbrauchsmaterialien bei. Wir haben das Schadenbegrenzungsteam, in Slot 1 die Reparaturmannschaft, äh, dann in Slot 2, dann haben wir in Slot 3 das Kampfflugzeug respektive der Auflegungsflugzeug, je nachdem, was ihr nutzen möchtet, das heißt, mit dem Auflegungsflugzeug kriegt ihr dann natürlich wieder eine große Reichweite drauf, also könnt ihr mehr als 19,1 Kilometer schießen. Und, dann haben wir die Hydroakostische Suche, eine deutsche Hydroakostische Suche, finde ich sehr, sehr interessant, weil die Scharnos hat das ja zum Beispiel nicht. Ja, und, ähm, ich bin ehrlich gespannt, äh, wie dieser, äh, diese Papierschiff, diese Entwurfschiff, äh, dann, ähm, sich in dem Supertest beweisen wird. Äh, äh, ja, ich kann, ich freue mich drauf, euch, äh, mit euch zusammen dieses Schiff dann zu fahren, in den Livestreams und, äh, auch, ähm, in unseren Videos, wo wir dann das Schiff nochmal dediziert vorstellen werden. Und, äh, dann kommen wir zur Siliwangi T8, ein asiatischer Zerstörer, der ursprünglich mal ein russischer war, also werden hier panasiatische Fähigkeiten mit russischen Fähigkeiten gepaart, äh, so ein bisschen. Wir haben 17.200 Trefferpunkte, 19 Millimeter, äh, ist die Grundpanzerung, also typisch für, äh, die Ds auf dieser Tierstufe. Wir haben nur zwei Geschütztürme, also einen vorne, einen hinten mit zwei Rohren, 130 Millimeter. Wir kommen 13, nee, wir kommen 12,5 Kilometer weit. Der HE-Stern 1900, äh, Brandwahrscheinlichkeit 8%, 870 Meter ist die, ähm, AP-Geschwindigkeit und die HE-Geschwindigkeit. Also, auch da keine Unterschiede, nicht so wie bei den Amerikanern. Dann haben wir die, dann haben wir 2500 maximalen AP-Schaden. Ähm, was wird hier noch gesagt? 5 Sekunden Nachladezeit. Okay. Dann haben wir Drehzeit der Türme, 18,6 Sekunden, also ganz typisch, überhaupt kein Gundi-D eigentlich. Die Nachladezeit ist auch schon relativ langsam, gibt es schnellere auf der Tierstufe. Und dann haben wir eine maximale Streuung von 109 Meter Sigma 2.0. Ausgestattet ist das Schiff dann mit Tiefwassertorpedos, die die Zerstörer nicht treffen können und alle anderen Schiffe dann schon. Also Kreuzer, Schlachtschiffe, Flugzeugträger, ne? Was mit U-Booten ist, wissen wir natürlich nicht. Ähm, wer weiß, wie da die Interaktion sein wird irgendwann mal. Kleiner Scherz am Rande. Ähm, zwei Werfer, A5 Rohre je Werfer haben wir hier. 17.933 Alpha Damage, 10 Kilometer Reichweite, 61 Knoten sind die Tiefwassertorpedos. Tiefwassertorpedos allerdings nur schnell. Alte X führt ziemlich langsam. Ähm, dann haben wir eine Nachladezeit von 131 Sekunden, also über zwei Minuten. Und eine Torpedoerkennbarkeit, typisch Tiefwassertor, 0,8 Kilometer, also 800 Meter. Meine Güte, das ist für mich gerade nach dem Livestream, deswegen bin ich wahrscheinlich noch so ein bisschen durch den Wind. Entschuldigt das bitte. Flugabwehr Mittelstrecke. Gibt es da nur 106 kontinuierlicher Schaden. Wir können bis dreieinhalb Kilometer diese Flugabwehr benutzen. 36,5 Knoten schnell, Wendekreis 660 Meter und wir haben vier Sekunden Ruderstellzeit. Oberflächenerkennbarkeit 7,6 Kilometer. Können wir den entsprechend herunterskillen mit dem Tarnungsmodul, mit dem Kapitän. Ja, da dürfte dann so 6,6, ähm, ja, ich denke mal so 6,4 oder sowas dürfte drin sein. Habe es jetzt nicht genau nachgerechnet. Lufterkennbarkeit 3,4 Kilometer. Ähm, ja, und dann geht es noch weiter. Slot 1 Schadensbegrenzungsteam. In Slot 2 haben wir einen Nebelwerfer, der 30 Sekunden Nebel auswirft und die Nebelwanddauer beträgt dann 70 Sekunden. Äh, dauert dann 150, im Premiumverbrauchsmaterial 100 Sekunden, bis ihr das Modul wieder benutzen könnt, oder das Verbrauchsmaterial. Weil die hydroakustische Suche, die dieser Dampfer nämlich haben wird, das ist, ne, ne, ja, was Besonderes, äh, hat eine Torpedoerfassungsreichweite von 3,75 Kilometer und eine Schiffserfassung von 5,5 Kilometer. Drei Ladungen im Premiumverbrauchsmaterial, äh, zwei dann halt im Standard. Und die Nachladezeit Premium 120 Sekunden, im Standardverbrauchsmaterial 180 Sekunden. Alle Werte sind wie immer hier natürlich, ähm, ohne Crew- und Upgrade-Modifikatoren, aber mit den, äh, ja, bestmöglichen Modulen sozusagen. Es sind ja Premiumschiffe, von daher gibt es da keine Module zum Erforschen. Ja, und das war es schon, was ich euch in diesem Ausblick einmal ein bisschen näher bringen wollte. Äh, lasst mir gerne Kommentare da, was ihr zu den Schiffen denkt, freut euch drauf, ähm, was würdet ihr euch vielleicht wünschen für das Schiff, was, äh, geht euch bei dieser ganzen Geschichte durch den Kopf. Einfach runter in die Kommentare und jetzt danke ich für eure Zeit und, äh, ja, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream hier auf dem YouTube-Kanal. Haut rein, euer Seacross-Team, euer Andi. Ciao, ciao.